So Freunde, auf geht's! Willkommen, schön dass ihr da seid zu einem neuen Pokémon Trading Card Game Unboxing und Freunde, ne, wie immer, ne, Kimi, hi! Hi! So Freunde, ihr kennt's, ne, heute haben wir mitgebracht Pokémon Schwert- und Schildkarten, ja, vielen Dank an Pokémon, die uns die vor einigen Tagen schon zur Verfügung gestellt haben und, ähm, ja, jetzt gibt's das Unboxing dazu, Freunde, ne, so, wir haben hier diese Battle Boxen bekommen, diese Promo Boxen, mach mal deinen Kopf da weg, dann wird das ja auch scharf, Mann! Hm! So, siehste, wenn dein Kopf nicht mehr da ist, dann wird er wieder scharf, hier! Und jetzt bist du wieder scharf, siehste! So ist das! So, ja Freunde, vier Booster sind drin, ne Promokarte ist drin und, ähm, ja, ne, also deswegen vielen Dank an Pokémon! Unser erstes Schwert- und Schild-Unboxing, ähm, wir hatten ja schon Schimpep, äh, ausgepackt gehabt, ja, diese Schimpep-Box, aber da waren ja noch keine Schwert- und Schildkarten drin gewesen und, ähm, ja, Freunde, deswegen würde ich sagen, dann geben wir Gas, eine macht Kimi auf, eine mache ich auf, welche möchtest du aufmachen? Die! Okay, bitteschön! So, bald die Battle-Box, dann, äh, ja, mach auf, Kimi, gib alles! Gib alles, Kind! So! Wunderbar, vorne schön mit, äh, Sakian! Oh, yeah, so love ich jetzt, so love ich jetzt! So! Wir haben, oh, guck mal hier, die guten Giga-Dynamax, Giga-Dynamax-Lapras, Samazenta, Sakian und Relaxo, Giga-Dynamax-Relaxo ist das! Siehste? Relaxo? Relaxo! Alleine! Das kann sich so Giga entwickeln, hast du noch nicht gesehen, ne? Ja, tut mir leid, das ist noch nicht gesehen, also... Ähm, ja, Freunde, ne? Ist das von einem Film? Noch nicht, noch nicht, aber eine Serie, so eine Anfangsserie, aber noch nicht von den, ähm, ja, noch nicht von den, ähm, ähm, sie ist erst auf dem Boden, hier soll die Mama wegrollen! So, Freunde, wir machen erstmal die 24 Karten hier auf, würde ich sagen, mal schauen, was so schönes drin ist, so, als Promo-Schwert- und Schildkarte haben wir ein Chiller-Bell, dann haben wir ein Snowmon, Entwicklungsrauch, Superball, Pokekind, Alpen, ein Hopp, ja, genau, die Legende von Hopp, zweimal Mimeon, Plecleon, Intellion, zweimal, okay, Pico-Chiller drin, Flottball drin, nochmal ein Hopp, Forschung des Professors, äh, Gala-Zick-Zack haben wir ja sogar als Shiny mittlerweile, richtig nice, einmal Gala-Geradax, einmal Gala-Barrikadax, okay, auch zweimal, nice, ach, du hast ja dasselbe, schade, ich dachte, wir kriegen jetzt zwei verschiedene, oh gut, nicht schlimm, alles gut, jetzt haben wir ja, wir können ja mal reingucken, ob das dann eben dieselben Karten sind, dann, ähm, können wir die an Seite packen, als, ich glaube, das sind, äh, Karten, wenn wir die an Seite packen, als, äh, Deckboxen, ne, äh, für Decks, das können wir ja irgendwann mal wieder Vollgas geben, ne, sind andere, wirklich, Tatsache, so, ein Chiller-Bell als Promokarte, Gala-Mauzi, Rotom, Flottball, Marie, Gladiantri, zweimal, dreimal, Kasurio, zweimal, dreimal, Pico-Chiller, noch ein Flotti, frohe Forschung des Professors, nochmal eine Marie, zickzack, 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 zickzack und die anderen wie gerade, okay, ja, nice, schön, ähm, was ist denn daran so schlimm an Hau? Hä? Ja, dafür musst du das Spiel gespielt haben, die Leute, die das Video gucken, ähm, die das Let's Play vom Papa gesehen haben, wissen Bescheid. Hast du dieselben? Du hast dieselben, okay, soll ich erst anfangen und dann du einen und hab ich allen gedacht. So, wir fangen mal hier mit Giga Dynamax Relaxo an, würde ich sagen, Freunde. Aber ich will die jetzt gar nicht so gerne aufmachen. Du willst die gar nicht aufmachen? Ja. Warum? Weil die so cool aussehen? Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht, ja, die sehen echt cool aus. So, auf geht jetzt. Wir können ja gucken, ob wir eins, äh, langsam aufmachen können. Ja, das war nix. Ja, versuchen wir gleich nochmal. So, wie war das denn nochmal? Ich hab von, ähm, bis zu 4. 1, 2, 3, 4, ne, so war das genau. Boah, jetzt kommt die Sonne aber raus hier, was ist denn da los? So, Energiekarte. Baldorfisch, Energieumschalter, ein Kerada, Pikachu, Gala Mauzi, ein Thermopod, Wolli, Chimpep, Adressbuch als Reverse, oh, 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 ein Keldeo, nice, cool, schön, gefällt mir. Cool, oder? Was ist denn Fokuma? Äh, müsste auch ein legendäres sein. Nice, schön, sofort Pull, gefällt mir, Freunde, sofort ein Pulli da raus, so muss das. Okay, so, die Karten kommen nach da, weil das gehört zu dem deckt. So, jetzt du, Kimi, jo, hast du noch eine größere gefunden? Nimm noch eine, nimm noch eine Gartenschere. So, okay. Okay. Ich hab nur noch die kaputte gesehen. Du hast nur noch die kaputte gesehen? Ja. Okay. Ich hab nur noch die kaputte gesehen. Okay. Möchtest du 1, 2, 3, 4 mal? Ja. Ja? Nö. Nö. Hier. Bitteschön. Danke. Okay, auf geht's. Energie, Wasserenergie, Energieumschalter, Kasurio, Amphira, ein Wushas, Glybunkel, Salanga, Picochilla, ein Vulpi, Voldi als Reverse und ein Vulnona als Wehr, aber nicht als Holo. Okay. Okay. So, die kommen auf dem Stapel hier rein. Nice. Gut. So. Einfach nur so. Achso, weil ich ein ganzes Stück gehört. Ja, kann man ja hinterher zum Deck machen, ja. Achso, hier. Das war meins, der dein Ding ist ja da. Was machst du? Was hast du als Nähes aufgemacht? Ähm, Zacchian, das Schwert. Ne, der ist Schild. Oh. Hm. Genau, süß aus. So, eine Citrobeere, Baldorfisch, Goldini, Roselia, Nebulac, Gladiantri, ein Thermopod als, äh, nicht als Reverse, Pokémon Finger als Reverse, oh, ein Belectro als Holo. So. Ja, cool. Korrekt. Zack. Ähm, Schere. Schere? Schere. Schere. Schön langsam. Langsam und vorsichtig. Ähm, vier. Ne? Ja. Bereit? Ja. Energie. Phonifras. Welche hast du jetzt aufgemacht? Auch Schwert? Okay. Ja. Gealer Fünnschlick. Hypertrank. Digda. Pionscora. Huthut. Hopplo. Pikachu. Am Vierer als Reverse. Oh, da kommt was. Da kommt was. Ein Wohingenau. Nice. Korrekt. Hihi. Cool, oder? Hihi. So. So. Die zweite. Ein zweiter Pull. So gefällt's mir. Uhuhu. So. Die rein? Genau. Die kommen erstmal wieder da rein. So. Dann mach ich jetzt mal Giga Lapras auf. Mach immer das, was du ausmacht. Okay. Ja, mach mal. Bitte da. Ein, zwei, drei. Ist das denn dieses ganz große? Was denn? Ein große? Oder? Ja, ja. Das kann sich, äh. Nein, nein. Das kann sich groß machen. Pass auf mit der gigantischen Schere da. Roselia. Kastarua. Krabbi. Gortrom als Reverse. Und ein Kramoer nur als Wear. Aber Gortrom, ne? Vorhin, ne? Warum nicht? Haben oder nicht haben, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Nice. Schön. Okay. Hast du? Ja. Dann mach du eins, zwei, drei, vier. Ja. Danke. Ja. Ja. Ja, damit. Okay. Feuerenergie. Rüpel von Timiel. Kekli. Amphira. Somnia. Äh, Roselia. Kamehut. Senzekt. Senzekt. Senzektier. Ein Käfer. Ein Raihorn. Ein Muschass. Oh, ich hab was gesehen. Ich hab was gesehen. Oh, da kommt wieder was. Ja. Bereit. Oh, ein Sobiris. Nice. Cool, oder? Ja. Jetzt hast du dazu. Sieht gut aus. Eigentlich sind die Augen eigentlich grün. Sieht gut aus, oder? Sieht gut aus. So, das war deins, ne? Heißt, die kommen halt da rein. Wunderbar. So, jeder hat noch einen Booster. Und zwar... Summer Center haben wir noch. Eins, zwei, drei, vier. So, okay. Energie. Geiler Flumschlick. Kikalop. Wullpix. Somnian. Rosalia. Was? Kam jetzt gerade schon wieder. Hopp. Ja, ja, kam hopp. Ein Urgell. Als Ware, aber nicht als Holo. Ich dachte, du hast noch zwei, eine Karte in der Hand. Nö, hab ich nicht mehr. Nö. So, in der Zeit, wenn Kimi da 1, 2, 3, 4 macht, können wir ja mal... Achso, okay. Na gut. Das passt so. Hast du? Gut, damit... Jetzt geht ab. Jetzt. Jetzt geht ab. Energie. Oh, jetzt habe ich... Diktri. Pokémon Center. Jetzt freue ich mich nicht. Energie zugewirr. Mirmeon. Ich freue dich nicht. Das Insekt. Gleich. Warum? Pupanze, Watzapf, Mollung. Pikachu. Ein Somnivora. Setz it, Freunde. Ja, ein bisschen was. Hab ich doch gesagt, das freu ich mich nicht. Du kannst doch nicht sowas schon vorher erzählen. So, Freunde, ja, ein bisschen was haben wir auf jeden Fall, ne? Kann man sich mal gönnen. Cool. Ja, schöne Karten, muss ich sagen. Gefällt mir auf jeden Fall. Ähm, gut, Freunde. That's it for today, ja? Danke an alle, die dabei waren. Das war's für heute. Das war's für heute. So, Leute, vielen Dank an alle, die dabei waren. Daumen nach oben. Abo dalassen. Glock aktivieren. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Bikini. Und ich. Das war's für heute.